Ergebnis. Donald Trump wurde der 47. Präsident der Vereinigten Staaten, Fox News, zitierte ihre Daten, aus denen hervorgeht, dass Herr Trump mehr als die Mindestanzahl an Wahlstimmen erhalten hat, um der 47. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Um zu gewinnen, muss jeder Kandidat mindestens 270 Wahlmännerstimmen erhalten. Es wird erwartet, dass in diesem Rennen umkämpfte Bundesstaaten wie Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin die entscheidenden Faktoren sind und einen wichtigen Beitrag zum Sieg eines der beiden Kandidaten leisten. Bevor die Wahllokale am Morgen des 5. November Ortszeit offiziell eröffnet wurden, nahmen mehr als 80 Millionen amerikanische Wähler an der Abstimmung teil, von denen fast 45 Millionen Menschen direkt zu den Wahllokalen gingen und etwa 38 Millionen Menschen sich für die Briefwahl entschieden. Bei dieser Abstimmung entscheiden die Wähler auch darüber, welche Partei das Repräsentantenhaus und den Senat kontrollieren wird. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters erklärte der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, Herrn Trump zum gewählten Präsidenten. Herr Mike Johnson betonte, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus bereit und bereit seien, im Rahmen von Herrn Trumps America First Programm sofort zu handeln. Er gewann 267 Wahlmännerstimmen, nachdem er viele umkämpfte Staaten wie Pennsylvania gewonnen hatte und überschritt damit die Schwelle von 270 Stimmen, die für den Gewinn der Präsidentschaft erforderlich waren.